Frank kommt mit einer platte Würstchen an den Tisch. Taufe ist einfach nur Zwangsheirat mit der Kirche Frank. Du musst hier mal die Texte lesen und dann musst du das mal wirklich denken, was da steht. Es ist einfach Schwachsinn. Gott bleibt bei ihr bis ans Ende ihres Lebens und darüber hinaus? Jonas kämmt sich schon wieder mit allen fünf Fingern durch die Haare. Er macht das fahrig, nebenbei. Ich mag die Bewegung. Also kommt sie sogar in den Himmel. Das macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum man seine Kinder heutzutage taufen lässt. Das widerspricht jedem klaren, logischen Gedanken. Sein Gequatsche fängt jetzt an, mich zu ärgern. Es ärgert mich, dass seine Gedanken immer schon fertig sind, abgeschlossen. Man kommt nicht dazwischen. Ich komme nicht dazwischen. Er kann einem die Sätze mit einer unwilligen Handbewegung direkt vom Mund wegwischen. Ich kenne das. Es ärgert mich trotzdem. Frank hat die Würstchen abgestellt, steht aber immer noch, weil das Fleisch wartet, wie er sagt. Die Grillzange baumelt unentschlossen in seiner Hand. Es geht eher um das Ritual, Jonas. Die Leute lieben Rituale. Man will sein Kind schützen. Das hat nichts mit klaren und schon gar nichts mit logischen Gedanken zu tun. Das müsstest du doch am besten wissen. Du hast doch zwei. Das ist wie auf Holz klopfen. Ich klopfe nicht auf Holz, sagt Jonas. Klar klopfst du auf Holz, sage ich. Ist doch nicht, dass ich das nicht verstehe. Ich will meine Kinder auch beschützen. Aber mein Verstand sagt mir doch, dass ich das nicht tue, indem ich monatlich Geld an die Kirche überweise. Ich bitte euch. Ja, aber das ist doch nicht alles. Andrea sieht jetzt ein bisschen aufgeregt aus, finde ich. Das sieht doch die Kirche auch nicht so. Die will doch das Kind in eine Gemeinschaft aufnehmen und mit einem Glauben versorgen. Es gibt doch auch Halt. Jonas lächelt. Glaubst du an Gott, Andrea? Ja, nee, weiß ich nicht. Nicht an einen alten Mann im Himmel natürlich, aber schon an irgendwas? An was denn genau? Ich sehe das Zucken in seinen Mundwinkeln. Ich frage mich, ob er sich all seine Antworten wirklich so sicher ist. Ob er sie manchmal überprüft und überdenkt oder ob er sie einfach nur aus der Schublade zieht und zum Besten gibt. Wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht. Er breitet seinen Gedanken mit großen Gesten über dem Tisch aus. Ich verstehe, was er sagt, aber die Gedanken, die ich dazu habe, zerfallen in zwei Teile, in ein einerseits und ein andererseits. Dann zerfallen sie weiter und zerfallen in immer kleinere Teile. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass meine Gedanken sich so von mir abwenden. Ich auf ihre Rückseite starre und meine Antworten alle aussehen wie Fragen. Die eine Kraft, was Größeres halt, sagt Andrea. Ihr Blick sucht schon wieder nach Frank, aber der ist mit schaukelnder Grillzange zurück zum Grill gegangen. So ein Ritual, das macht was mit einem. Also mit den Eltern meine ich, man lebt doch dann auch anders. Man lebt dann anders, Andrea? Ich habe Jonas in den Oberschenkel gekniffen, aber er redet trotzdem weiter, als hätte ich das nicht getan. Ich sollte Taufpate bei Sven sein, sagt er angriffslustig und stützt sich mit beiden Ellenbogen auf dem Tisch ab. Da hätte ich das Versprechen abgeben müssen, dass ich Ella im christlichen Glauben miterziehe. Habe ich abgelehnt. Er lehnt sich zurück. Ich müsste es ja nur sagen, hat Sven gesagt. Siehste, genau das mache ich eben nicht. Verstehst du? Du hast geheiratet, sage ich. Ist auch ein Ritual. Die Worte kommen überraschend und unpassend scharf aus meinem Mund. Ist ja was völlig anderes als eine Taufe, Eve. Verstehe ich nicht, warum er jetzt lächelt. Finde ich nicht. Wir haben uns ein fast kirchliches Versprechen gegeben in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Und die Worte für immer sind auch einige Male gefallen. Ja und? Er sieht mich ratlos an. Was ist damit? Das ist doch ein Versprechen, das wir uns gegeben haben und nicht Gott. Ja, aber trotzdem. Ich fange an zu stottern. Weiß auch eigentlich nicht mehr so genau, worauf ich hinaus wollte. Das entspringt ja auch einem Wunsch nach Schutz oder sowas ähnlichem. So bis in alle Ewigkeit. Dieses nur du entspringt ja nun auch nicht gerade einem klaren und logischen Gedanken, wenn man sich die Statistiken mal so anschaut. Wir haben nicht in der Kirche geheiratet. Außerdem haben wir unsere Eheversprechen selbst geschrieben. Das ist was völlig anderes, Eve. Er soll aufhören, am Ende des Satzes ständig Eve zu sagen, es gefällt mir nicht. Es ist überheblich. Sehe ich anders, sage ich. Die ganze Idee von der ewigen Liebe, der uneingeschränkten Liebe, einer, die immer gleich bleibt, einer von nichts zu beschädigenden Liebe, die alles gut macht, das ist auch eine sehr romantische Idee. Und wenn du schon sagst, die Menschen haben sich Gott ausgedacht, dann also die romantische Liebe mit all ihren Regeln und Geboten haben sie sich auch ausgedacht. Ich sag's falsch. Ich finde die Verbindung nicht mehr. Es ist, als hätte ich etwas direkt vor meiner Nase, was ich nicht greifen kann. Es ist die Art, wie er mich ansieht. Die Art, wie ich ihn ansehe. Ich glaube, es ist unser Blick, der uns nichts mehr sehen lässt. Meine Kopfschmerzen vermischen sich mit einer leichten Übelkeit. Das ist ja Schwachsinn, was du da redest, Eve. Das entspringt doch einem Gefühl, das mit der Liebe. Und der Glaube an eine höhere Macht doch auch. Mir rutscht die Stimme etwas zu hoch. Ich habe das Gefühl, als würde mich jemand umarmen und mir dabei langsam die Luft abdrücken.